Ich fuhre einfach ein bisschen mit dem Zeichnenruder nach rechts reagieren, bitte, dass ich nicht zum Schnur gucke, dass du wieder in den Schuhe gehst. Wieder links. Wieder links. Ja, aber du halt hier, die Richtung. Wieder links. Super. Perfekt. Jetzt gehen wir in Richtung Osten. Jetzt gehen wir in Richtung Süden. Und dann gehen wir hier. Vor und vor. Ja, schon. Aber passt das, oder? Super. Bin ich nicht so schnell? Ich mach eigentlich gar nichts. Stabilisier nur. Echt? Geht das aber ins Höhenrunde. 202 Meter. Super jetzt. Jetzt geh ich raus. Okay. Okay. Gut. Schau mal. Ja. Ich mach mal ein Stück lieber in Richtung Haus. Ist ja egal wo man in Richtung ist. Passt das? Ja, passt. Perfekt. weisswinn. Ich geh jetzt in Richtung. Ich geh mal links. 150 und die 58. Max, die Maße zeigt es bei dir an. Dann gehe ich raus. Ja. Ich glaube, es ist gut. Das ist gut. Schöpfe Untertitelung des ZDF, 2020